Während des Lockdowns entdeckten viele Menschen das Kochen als Flucht vor dem grauen, eintönigen Alltag, als neue Welt in den eigenen vier Wänden. Und viele machten das sicher mit einem Kochbuch von Jotam Ottolenghi. Als Inspiration in Pandemiezeiten taugt dieser Film über den Starkoch aber nur bedingt. Ottolenghi und die Versuchungen von Versailles. Denn das, was der Meister hier auf die Teller zaubert, wenn er sich mit seinem Team durch die Speisenkarten der französischen Könige arbeitet, dürfte wohl die meisten Hobbyköche etwas überfordern. Neben Buckingham Palace und Trafalgar Square gibt es in London auch kulinarische Attraktionen. Vor den Restaurants des charismatischen Kochs Jotam Ottolenghi tummeln sich Touristen. Seine Kochbücher werden millionenfach verkauft. Und dann bekam ich diese E-Mail von Matt, in der stand, dass ich ein Event für sie organisieren soll. Ich sah diese Mail und dachte, wieso kriege ich eine Mail von Matt? Das Metropolitan Museum in New York plant eine Ausstellung über die Gäste des französischen Königshauses in Versailles. Und der Kochstar soll dazu das Finale liefern. Patisserie vom Feinsten. Während sich Ottolenghi in Versailles inspirieren lässt, wird er von einem Filmteam begleitet. Jotam Ottolenghi am Anfang seiner Karriere selbst Patissier taucht erneut ein in die Welt der süßen Versuchung. Moderne Kreationen haben nur noch wenig zu tun mit den Nachspeisen, die einst in Versailles aufgetischt wurden. Der Film ist eine optisch üppige Reflexion über das Verhältnis zwischen Kunst und Küchenkultur. Typisch Ottolenghi, dialogfreudig und offen für alles Neue. Woraus ist das? Schokolade. Alles hier ist Schokolade. Wow. Ja, das ist eine Mischung aus weißer Schokolade und Zucker in der Steinoberfläche. Besonders hier sieht die Oberfläche aus wie ein echter Stein. So eine coole Idee. Dem Sonnenkönig hätte der Aufwand gefallen. Ludwig XIV. gibt Bälle, während er dem Volk immer neue Steuern auferlegt, um seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren. Eine Welt voller Pomp und Prunk. Natürlich dokumentiert der Film auch Scheitern, Missgeschick und Lampenfieber. Die Patissiers zaubern Dinge, bei denen man nicht glaubt, dass sie essbar sind. Mittendrin Otto Lenghi als Zeremonienmeister. Aber Desserts sind nun mal ziemlich kurzlebige Kunstwerke. Ein Haps und alles ist weg. Das war das Kino-Ressort bei Tagesschau24. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.